Hallo und vielen lieben Dank, dass du dich bei mir reingeklickt hast. Mein Name ist Martina Robesch und ich wohne im wunderschönen Kärnten. Ich bin ein zertifiziertes Big Big Girl und als solches liebe ich es, Menschen auf ihrem Weg zur schönen Haut und zum Mehrwohlbefinden zu begleiten. Bist auch du auf der Suche nach einer tippgerechten, passenden, auf dich abgestimmten Pflege, auf eine Pflege, die deinen Wünschen entspricht und eine Kosmetik, die deine Hautfunktion unterstützt und deine Schönheit ideal hervorheben lässt, dann bist du bei mir goldrichtig. Ich hoffe, du folgst mir schon auf Instagram und Facebook. Welche Möglichkeiten gibt es also für dich? Es gibt zum einen die Möglichkeit einer kostenlosen Hautberatung mit Blitzstilien bei mir, die einer Beautyparty mit dir und deinen Freunden, aber auch die E-Sail-Variante von zu Hause aus mit einer Online-Hautberatung bei mir. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn aber du dich jetzt fragst, wie bin ich zu Big Big gekommen, möchte ich dir das auch ganz kurz erzählen. Ich selber war vor über einem Jahr bei einer Hautberatung und war sehr skeptisch. Ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt schon hochwertig gepflegt und dachte, dass mit Pflege nicht mehr möglich wäre. Gott sei Dank wurde ich eines Besseren belehnt, denn schon nach wenigen Wochen drehte sich meine Haut um 180 Grad. Mein Hautbild wurde besser, meine Falten wurden gemindert und bald schon fragte sich mein Umfeld, was ich verändert habe. Da ich selber seit sieben Jahren selbstständige Zumba-Trainerin bin, weil mir mein Äußeres sehr wichtig ist, ein schraffer Körper, aber auch ein gut mit Vitaminen und Koh versorgter Körper sehr wichtig ist, habe ich hier eine Möglichkeit gefunden, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das heißt, wenn du Beauty interessiert bist, Beauty vielleicht deine Leidenschaft ist und du deine Leidenschaft auch zum Beruf machen möchtest, ist Big 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 die ideale Variante. Big 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 bietet dir ein schlüsselfertiges Online-Schritt-für-Schritt-Lernprogramm, mit dem du ganz easy von zu Hause aus dein Beauty-Business starten kannst. Also, melde dich bei mir, ich würde dich sehr gerne unterstützen, dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, lass es uns gemeinsam angehen, dein Beauty-Business von zu Hause aus starten. Für mich hat sich so viel verändert, ich bin eine Zweifach-Mami, ich bin glücklich, dass ich Menschen helfen kann, ihre Wünsche zu erfüllen, ihre Haut zu verbessern, ihr Wohlbefinden zu verbessern. Also, ich freue mich auf dich, bis bald!